Okay, 2 gegen 2, oder? Ja. Perfekt. Okay. Sollte Chance. Gegen Sombra. Swapium. Swapium. Gehen wir beide drauf? Ja. Guck, die haben Noob in ihrem Clan-Tag. Ja, das schaffen wir. Ja, easy. Nein. Obwohl, du bist weiter vorne. Ja, ich geh lieber drauf. Ich bleib. Ja, geh du mal drauf. Wo? Direkt ein Tor? Leider nicht. So eine fette Karre. Nice, Digga. Digga, auch nie. Was? Scheiße, Mann! Hab ich... Alter, der Safe, Digga. Respekt. Du bist Horvath. Und du scheinbar gar nicht. Alter, du bist ja komplett hops genommen. Okay. Das war doch easy. Alter, das ist ein Turniersieger. Guck mal. Hat der ganz alleine gemacht? Nee, wahrscheinlich drei gegen drei hat gewonnen dann irgendwie. Das sind alle drei Turniersieger. Du bist lieber im Tor. Am besten. Scheiße. Keine Sorge, ich rette den Ball. Den krieg ich, den krieg ich. Nee. Was ist das für ein Torwart? Ich will das nicht sehen, den krieg ich, den krieg ich. Alter, da haben wir gar keine Chance. Der kickt dich noch weg. Der fliegt einfach weiter. Diese Musik, oh. Nebenbei ein Tor machen. Bist du vorne? Nee, ich. Ich nach vorne. Wir sind beide. Nice. Jetzt du musst. Du musst alles klären, Digga. Hab ich, hab ich. Hab ich. Nice. Er hat mich geschoben. Ich. Ich geh in die Mitte. Leon, jetzt machen wir das. Ja, ja, ja. Ich hab ihn. Ich schick ihn dir. Nice. Ich schick ihn dir. Nice. Ich schick ihn dir. Ich schick ihn dir. Okay. Scheiße. Er kommt zu dir. Verglück bin ich hinter. Achtung. Ich wurde zerstört. Du musst jetzt allein klären. Hab ich, hab ich, hab ich. Parade. Direkt neben dir einfach. Ich hab den Boost. Ich hab keinen Boost. Leute, lass mir doch mal den Boost. Sascha. Sascha. Ja. Okay. Er macht ihn schon selber. Ja, komm, komm. Oh. Ha. Ha. Geil. Das nennt der Turniersieger. Bei dir steht einfach gar, du hast nicht mal ein Profilbild. Nicht mal eine Musik. Gar nichts. Einfach die übelsten Noobs. Gar nichts ausgerüstet. So eigene Musik drin. So eigene. Scheiße, Mann. Bitte sei drin. Ich hab keinen Boost. Was? Hä? Wieso? Digga, die... Also ich meinte du im Tor. Achso. Dass du grad im Tor stehst. Ja, ja. Ich brauch Boost, Digga. Gehst du vor oder wie sieht's aus? Ich bleib hinten grad. Okay, perfekt. Ich bleib grad hinten. Ich geh vor, Digga. Okay. Wup! Okay. Hab ich. Kriegst du's? Scheiße. Dich, ja? Was war denn das? Ja, hol ich, hol ich, hol ich, hol ich. Ja? Was war denn das? Was war denn das? Habe ich, siehst du? Ich hau ihn nach vorne. Scheiße. Alles gut, alles. Wir sollten nicht auf dem gleichen Fleck sein. Wir sollten nicht auf dem gleichen Fleck sein. Schick ihn dir, schick ihn dir. Er kommt. Ich bin hier an der Seite, hol mir noch Boost. Okay, wenn du ihn vorschickst, könntest du ihn mitwerden. Das wird überschwer, Digga. Oh, okay. Scheiße, ich hab ihn einfach verlängert. Ich Idiot. Wie bei dem einen. Nein. Oh, na. Hab ich, hab ich, hab ich. Scheiße. Beide verfehlt. Verdammt ihn ohne Mohl. Achtung, der andere kommt. Der ist drin. Nein. Scheiße. Ich dachte auch, aber das Tor war ein bisschen. Ich möchte das nicht sehen. Hörst du schlecht? Ich auch nicht. Was denn? Oh, oh, oh. Ja. Digga, easy. Was? Easy. Ja. Boah, knapp, Alter. Ich hab den Ball komplett verfehlt eigentlich. Schau dir das an. Ich hab ihn noch reingetippt. Ich so, easy. Und dann spring ich einfach fast drüber. Nice, Digga. Richtig gut. Scheiße, Digga. Scheiße. Ich hab keinen Boost. Hab ihn. Du musst jetzt klären. Okay, ich hol den Boost. Schön, 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 schön. Perfekt. Digga. Ich krieg ihn, ich krieg ihn. Oh. Ich hab ihn reingemacht. Oh, was machst du? Danke. Was hast du getan? Wieso machst du das? Was für eine Parade. Ich dachte, du kriegst ihn nicht. Achtung. Der ist drin, der ist drin. Vertrau mir, vertrau mir. Der ist drin, der ist drin, der ist drin. Okay. Jetzt du bitte. Nein. Alter, wie kriegt der den Ball? Digga, ich hab keinen Boost. Das ist der häufigste Satz, den ich sag in diesem Spiel. Oh, oh, oh. Scheiße, Mann. Nein. Bitte mach doch was. Nein. Ich bin so ein schlechter Spieler. Ja. Ich doch auch. Wir springen beide dran vorbei. Alter, Synchronspringe sind wir. Ich sag jetzt nicht. Ich klau dir den Boost, damit ich, fuck, ich hab einfach nur gerade ausschießen. Jetzt, Leon, bitte mach ihn rein. Wo bist du? Ich bin ja nicht da, ich brauch Boost, weil mir jemand den Boost geklaut hat. Der Mini-Boost. Hab ich. Wow. großen boost geachtung bitte als ob ich dachte du kriegst ihn ich habe ihn zerstört sehr gut alter du bist richtig gut ich höre die ironie stimme nein es ist nichts es ist nichts ironisch es ist einfach nur traurig weil er es verkackt so traurig ist das so ein ding ich habe vertraut ja und er bleibt einfach stehen wer du eine minute sieben tore das sieht manchmal so bescheuert aus habe ich sicher ja er ist weg kriegst du ja er kommt er kommt ja übers tor scheisse alter krieg ich krieg ich krieg ich kriegst du kriegst du kriegst du die flicken scheiße ich habe dir vertraut eigentor perfekt sagt er ist die vorwahl was für eine vorwahl kaum wurden wir eingerankt kriegen wir nur noch auf den sachen und dann stirbt er er geht rein mach ihn rein ich kann nicht treffen wallkiller komm 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 wir halten ihn noch los wallkiller alter mann liga runter gold 2 waren wir gold 3 oder was nicht nur noch ja weil du schlecht bist ja ich war schlechter als du du warst wirklich der bessere spieler diesmal ja dann let's go mach mal noch eine runde oder du warst wirklich der ja level 10 oder so ja tut mir leid digger ich weiß ich bin manchmal ein richtig gemeiner mitspieler ich werde versuchen jetzt mit dir zu agieren ok interagiere mit mir rodwave und ja wir gewinnen gegen rodwave was macht der was tut der digger ja wieso mich ja und dann krieg ich den boost nicht und jetzt holst du ihn wahrscheinlich digger du hast echt den boost nicht geschlossen aber guck mal guck mal vielleicht machst du ein tor natürlich mach ich ein tor ach schade hä ich hatte den doch ach du wolltest den klauen du schreibst nur ja weil du geklaut hast schaust dir an da war ich schon drin du hast dich nicht mehr berührt doch ich hab ihn bei mir berührt du schreist nur und ich dachte so im team ich nicht weil er drin ist den klaue ich den klaue ich so vor der runde noch so hä ach lol man kann ja auch den ich kick ihn einfach weg vorsicht leon vorsicht wo wo ah oh sorry vorsicht gell das wars ne ich hab ihn weggekickt alter da muss ich auch denken scheiße wir sollten uns vielleicht absprechen ich wollte ihn einfach weg haben und du kickst ihn einfach wieder in die richtung schaust dir an schaust dir an schaust 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 ich hab ihn einfach vorgelegt vorlage für rotwave hast du ne idee hast du ne taktik einfach draufballern ok ok scheiße gut dass du hinten im tor bist und nicht mehr drauf gegangen bist ja für dich ok er passt ihn mir komm hä wieso Wir sind so lost. Wir kommen so lost rüber. Ich treffe keinen Ball diese Runde. Was macht denn der? Der fliegt die ganze Zeit. Ich mach ihn weg. Okay. Ich mach ihn weg. Nein. Was machst du? Ich fahre immer entweder über den... Was? Was war das? Das hat bei mir richtig gebackt. Also wenn man das jetzt sieht, es war so... Plötzlich in eine komplett andere Richtung. Hey? Ich glaub dein Internet hängt ein bisschen. Bei mir hattest du ihn, glaub ich, auch. Jetzt vielleicht... Ah, schade. Was war das grad? Was? Ich dachte, er kommt auf und dann... Scheiß. Oh Mann. Du bist grad voll mit dem Körper mitgegangen. Echt? Oder? Der ganze Stuhl. Ich krieg ihn. Nee, der... Ich muss mich nur minimal bewegen und dann gibt's diese Geräusche. Ich muss ihn ölen. Das war so lustig, Alter. Okay, ich geh vor. Wieder beide. Alter, das ist ein einziges Trauerspiel. Da kommt wieder dieser Gelbe, Alter. Der immer diese Flüge macht. Mann. Alles gut. Ist doch unfair. Alles gut. Ja, ja. Nice, Digga. Mach ihn rein. Yes. Du bist Gott. Ich bin Gott. Du hast erkannt, Sascha. Schau dir dieses Tor an. Alter, das war krank, Digga. Wenn wir das noch schaffen... Also ohne Witz, wenn wir das noch schaffen... Dann sind wir in Gott. Okay, ich geh. Geh du, geh du. Nice. Ich geh vor. Nice, diese Technik. Digga, der geht rein. Das war zu stark, oder? Der geht rein. Junge, wir können's noch schaffen. Ich mein's todernst. Manchmal ist keine Kommunikation. Die beste Kommunikation, Freunde. Merkt euch das, wie eingespielt wir plötzlich... Scheiße, Alter. Nein! Der wusste das genau, dass ich komm. Guck mal. Schau jetzt. Schau jetzt, was der macht. Alter. Wir kommen hier nicht raus. Nee. Aus dem Zirkus! Nice. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Okay, wenigstens haben wir noch das verhindert. Das war schon mal besser. Ja. Äh, äh, äh. Das war immer traurig. Das war immer ein Trauerspiel. Äh.